gut nun machen wir weiter die finanziellen Gruft 12 Wochen ein auch nicht und den weiterer gut die nicht kämpfen wir jr. aus dem Mondberg Kaspel ja die sind sich kommt und besitzen dort nur die die Fokus ist gut die ist das ist der Bedeutung macht es nicht die Verteidigung nicht natürlich das wird sie nicht noch kein Standort fern und müssen sich sehr gut machen zu uns können nur und nun mal zum Popman Center Klinik und Ok. gut gut die Kau und und vor und 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 ist jetzt achten ist ja die Matur wird Träger und Tölder Vertreter verkündet sich wie immer das werden nützlich die Kinder das ist die Tülle mit denen Puckman zu uns so Prozent gut ist musste ich hier richtig Auro noch tun die Klinik das nur nun mal Busch Brotus schüttelt es nicht ich bin vorbeweitet guter Köln ich glaube doch zu guter Blitz des Petrus mehr das ist mit der Kugel zum Kupfen auch wenn er wird man nicht sehr fiktiv ist Prozent Mauer und so geht es um zu tun und der Nummer eines sind um die Zertig für dich ab nach und bleiben jetzt ist ein Wasserbett der viel mehr Wasser spritzt achten zu guter jetzt ist muss die Toto dreht ich mache denn die denn die 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 Städte kämpfen wir die die Lernl 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 m nun 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 das sind Fehler ja das sind viele Schatz zu machen k kundin geben blutten noch da wird wo auch gibt noch nur die ich bin in topform kommt den machen wir jetzt wohnert der besitze ist ja hauptsächlich nur gesteint und machen uns sicher Klappern ein stammes Kuhn nun 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 wird uns an sich nächstes Jahr gestern wirklich gift 6 Prozent es ist es ist kein stein zu und jetzt zieht mir Gift auch sechster Kuh wortel und zu mir gibt mir auch zu ihnen nun machen das ist gut ich habe ihn vor Oh, 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 oh. Uh, 220 tränke nur. Oh, oh, oh. Vielleicht soll ich dich auch das Gift teilen. Vielleicht mach bloß keinen Volltreffer. Gut, du hast einen Volltreffer gemacht aber du hast mich gedötet. Das ist auch sehr gut! Blanker und den nächsten Teil mehr gut Verteidigungsdienst die Hörer verschärftet auf Volltreffer und wo es sind weiter meine Verteidigung Uff aber mir kommt es jetzt gelaufen ja ja in wir haben uns die zu kommen Kumpel das ist die Schaus mit Zecknil wo man sich betrefft die Klinik sicherheit okay ich bin jetzt nicht übergängigkeits Aqqa Knarre Giftstachel, Aqqa Knarre gebaun die Heimfahrer huwe huwe das sieht ziemlich tief an huwe los Aqqa Knarre Aqqa Knarre Aqqa Knarre Aqqa Knarre das kann er noch problematisch um mir vor das ist das die Genesung wieviel hält er eigentlich genießen 25 um wieviel zieht knapp so ab hoch 7 Teckel und das ist schön ach das sieht man wunderbar schon ist er durch Teckel bis sie das nächste Mal kommt die Fluchtwert ist immer noch gesunden so lange er nicht speziell verteidigt ist ja alles noch okay sieben naja es ist ja gleich stark das ist das heizt sich ich glaube Genesung die Volltreffer will ich nicht einstecken ich glaube der heizt sich dann immer um drei ich mich nicht die hälfte wird auf jetzt weiß ich ob es auf nach 24 erreicht gut Sternschauer das will ich haben ein 2 20er Sternstaub Drache Sternstaub Drache Oh Teckel ist nur ein bisschen stärker aber Teckel hat eine limitiertere Wahrscheinlichkeit zu treffen so zu zu Zürich und Zürich endlich mal gucken das meine meine wow daran sieht man wie stark Sternstaub Stern Schauer nicht Drache Sternenschauer so das liegt das sieht ganz schön das ist sicher am nebenprojekt angeblich Pokéball das ist kein Pokémon und stirb sch wir helfen dir auch nur weil wir müssten sonst kommen wir in der Story nicht weiter wuuu 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 schuss schuss wuuu 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 für den dritten und bräuchte ich gar nicht könnte jetzt hier weitermachen ich überspringe einfach die Wasserrena nach dem Glock ist wie zu bisschen Brügel abbilden Mocholo das ist Quarkina 8 Nieren das stimmt ab hier ist er noch so dass ab welchen Typ die Antak hat ist er Spezial- oder Normalangriff da äh Stechst Normalangriffe sind physische Angriffe wie Psyche und Wasser immer Spezialangriff da wenn ich mich nicht bis zu uns so gut hat mich noch informiert ja ach Mist gut Traumatis besiegt Drüppel ist besiegt die Kriegs Schaufler um mit dem hier hin nur um mich mit sie abgeben aufs Bauch her hier kannst du trotz die Kommen das was ich jetzt hier kann ich rennen das ist unfair sehen nach nicht Pokédex, Pokémon nach geht ja noch dran kommt schon, dass er für die nächsten Kämpfe gewappnet mhm mhm nach mit Smetbo ähm coole naja hohe Spezialverteidigung auch nö um Pudor 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 ist so ich soll mal sagen giftig komm treff dass ich mich jetzt nicht bereuen haben dass ich ähm Tops abgelegt habe wo ich glaube ich muss Tops doch wieder ich glaube ich muss ein Trank spielen letztes Kegengift ist du als verwirrt ist verwirrt es hat sich selbst verletzt noch ok mit Stachelspur kann ich eigentlich noch leben mit leben meine ich leben also er schmeckt wohl weil keine Attacke die was abzieht zieht zum Beispiel eines Kurses ist verwirrt sehr schnell schon 8 20 schon gut gut Moment auf sie doch finden ich wollte ich wollte hier ja ein neues Pokémon fangen du bist es nicht du bist es Sternenschauer ich brauche schon ein bisschen früher ich brauche schon ein bisschen früher Sternenschauer ob die Pokébälle ob die Pokébälle reichen ja stehe ich das an ich hab nur 5 ja ich hab einen gefunden Hooray Mirapla Pokédex Mist ich wollte das ich mach das alles ähm dieser Stadt da und ich bin 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 du guck mal so einmal so guck mal so und der sagt es so mitten ins Gesicht ne ich habe das doch keinen Fall an 8 doch die München und Kumpel es war nicht immer klar ist sie zu tun wenn es nicht sein soll auch die Genesung nun halte ich hier mit trinken auf ach nein ich muss mich tot er jetzt drücken wir was ab ja mach nur ruhig mach immer mehr drauf ich kann ja mit Wien der Neuigkeit und Paralyse ja viel besser treffen gut ständisch aber nichts mit der Neuigkeit zu tun hat so Sternschaubitz auch jetzt wird er das erste mal eingewechselt Myrapla nur zum heilen jetzt stirbt Myrapla tschüss los gröss ach ja stimmt das hat die Fähigkeit ja wenn er gewechselt wird im statusproblem zu sein super mach hätte ich das gewusst hätte ich einfach willenkampf gewechselt doch super so spare ich mir zumindest ein bisschen Geld noch heulach schwäche meine normalen ich setze Sternschaubitz ein gut Level 25 sicher sind hier jetzt radikal stecken schauer mehr irgendwie wollte ich AQUAKNARRE einsetzen AQUAKNARRE Genesung WUM Hyperzahn der nicht trifft in der zu kürzen sie ziehen ob das ist auch egal ist jetzt dort hoch 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 denn Lilla endlich in ein Pokémon Center die Dien und wir uns natürlich das Fahrrad Fahrrad Schein ab Vorsitzenden Waren sitzt 100 verschiedene Pokémon und nun langweilig das Radkupo na 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 ich kann ja mit seinem Tag fliegen das fühlt sich voll cool man ja ich habe ein Bootsticket la 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 noch wir machen ja alle Trainer Köln ich bin von den Punkten und die Nieder das war glücklich nicht mehr zu Klaus der Storch Abwarten nach Prozent sie sind nur aufgrund der Klinik und Brüder verbraucht schütt k k k k k k von euch das Gefühl hast du um durch wo auch unglaublich du bist jetzt 100 pro und die taub sind und zu bieten 6 wird schon schief ob sie ist dort die duranverhältnissen abwarten also das ist doch nicht sehr viel ab als ob dort nun die beiden kämpft vor nicht und du? das doch ähm Fucano, ja, Fucano hattest du ach, du hattest nicht nur männlich mit dem Fucano Genesung ich hab jetzt meine Genesung eigentlich nicht ähm im Außerhalb eines Kampfes einsetzen kann ist ja derbste praktisch hm ach da was bist du denn für ein Scheiß alter Mann bist du niedermännlich und weiblich warum gibt's kein Niederrand? neutral ja das ist eine sehr interessante Frage, oder? ach du kannst dann auch nicht du warst ja mit dem Fucano ja ein paar Feuer-Pokémon ach ja, Betreuer das ist mein Angriff wow ich werfe auch mit Spezialangriff an dün 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 wohl wenn wir jetzt die zweite Arena machen ähm dann hätten wir den vorteil dass wir ähm Aquarelle bekommen nun nein nein mir 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 ich bin mir ich glaube ich bin ein das Verdammt das ist das was ein das Kuchen Supertranz das ist verständlich 8 sieben noch mehr die Sitzung Wasserbruch was auch umsonst von Scheiße die Stimme auch mit Wasserbruch sie sind erstens voll unnötig schwach Sie können ja fast gar nichts. Guckt einfach mal mein Pokémon an. Es ist ein Psycho-Pokémon. Es ist stark, schön, alles was der Pokémon nicht ist. Und Level 26 hat es sogar noch erreicht. Und Muschus hat mir Hohen und Malverteidigung, wo wir mit Aquaknarre jetzt ran müssen. Ach. Das ist einfach so bad. Und da war der dort noch kompletter Dacher. Nach 19 Dacher würde ich ihr zu Sternen schaue. Nicht Sternen schaue. Ach. So, ich muss beim Spiel bleiben. Noch einmal Sternen schaue. Gucken wir, ob der andere mit Trusse noch kämpfen will. Wie viele Pokémon hast du? 2. 1 Muschus. Das heißt, 2 mal 8. Oh, 21. Gucken wir. Was bringt mich um? Das Gift oder die... Ne, die Verwirrung. Das Gift zieht ja nur... Ja, ein bisschen ab. Genießung. Bei Genießung halten. Ich brauche... Weil ich das Gift verdiene hier auch immer mehr, wenn ich mich nicht täusche. Let's. Wie kannst du dir mit einer... Komm, treff einfach. Du brauchst es doch nur zu treffen. Ja, habe ich nicht verlangt. Toll. Eissperr. Nein. Nein. Das sieht ja mal fünf ab. Bisschen viel. War Pflanzen normal oder spezial? Ja, ja... Toll. Mirabla Treff, einfach Treff. Gott, verdammt nochmal. Du sollst doch nur treffen, mir verlang ich doch nicht. Und nicht sterben. Ja, geht doch. Toll, Mirabla kommt sogar noch Level up. Weil, Lern, Stachel, Sprach. Wir doch ein Solo-One. So taubt sich die Sterne... Oder... Star... Sterne, du. Ja, so ist es, Fisch. Stern, du Kämpfe. Obwohl, ich glaube, wir machen doch die... Erstmal gucken wir uns mal die Werte von Chris an. Wie sehen die denn aus? Auf... Spezialisiert sich auf Spezialangriff, wie man hier sehen kann. Eine gute Verteidigung hat es. Eine akzeptable... Ähm... Wir gehen jetzt... Mit 26... Nein, wir werden noch ein bisschen in der... Ähm... Ein Schiff trainieren. Im Supermarkt mag man ein paar... Waren einkaufen. Nein, ich möchte nicht einkaufen. Ich möchte... Bisschen... Elf reichen für den Anfang an. Nein, super trinken. Ja, die anderen... Na, Schutz. Nee. Brauche ich nicht. Dann... Ja. Okay. Dann... Runter, runter, runter. Da lang. Und ich sage dann... Bis in die nächste Folge und noch viel weiter. Tschüss. Tschüss.